Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Review zum HSC Desire. Heute wollen wir uns anschauen, wie schnell das HSC Desire Webseiten lädt, im Gegensatz zum anderen neuen Gerät von HTC, dem HSC Legend. Das HSC Legend fällt vor allem durch seinen Alu-Unibody auf, also sieht sehr gut aus, hat dafür die geringere Auflösung, den schlechteren Prozessor und auch weniger RAM, aber beide haben einen guten Bildschirm und sind somit eigentlich beide zum Surfen im Internet. Wie wir hier sehen, das HSC Desire lädt die sehr komplexe Homepage Game Zone doch um einiges schneller als das Legend. Dies auch wegen dem viel schnelleren Prozessor ganz sicher. Beide Geräte sind über die gleiche WLAN-Leitung verbunden und müssen sich daher etwa gleich schnell laden lassen. Was man sicherlich auch noch sagen muss, ist, dass das Desire einen größeren Bildschirm hat und auch die viermal höhere Auflösung, sodass man hier in der Ganzseitenansicht, die noch auf dem Legend zu sehen ist, die Titel auf dem Desire noch gut gelesen werden können, während man auf dem Legend leider nicht mehr ganz so viel sieht. So wollen wir zur nächsten Homepage fortfahren. Es ist 20minuten.ch, das größte Newsportal der Schweiz, auch eine relativ komplexe Website und wir wollen uns jetzt anschauen, wie sich das Desire im Gegensatz zum Legend bei dieser Seite schlägt. So, beide mal laden und wir sehen auch hier bereits, dass Desire ist doch viel schneller unterwegs. Obwohl beim Legend bereits eine weiße Seite kommt, ist das Desire mit dem Fertig Ausladen doch um einiges schneller. Auch die ganzen Java und Flash Contents rechts oben, jetzt beim Legend noch weiß, sind beim Desire bereits natürlich aufgebaut. Und auch hier, man kann beim Desire bereits die Titel und auch die einzelnen Texte eigentlich bereits lesen und beim Legend ist das einfach wegen einer kleinen Auflösung nicht möglich. Wir wollen uns jetzt noch kurz GearMix anschauen. GearMix speziell leitet mobile Geräte auf mobile Seiten weiter und jetzt kommt doch etwas einigermaßen Sonderbares. Das Desire ist ein bisschen langsamer als das Legend bei dieser mobilen Seite, aber beide sind praktisch gleich schnell. Also das Desire eignet sich besser zum Internet surfen. Wer viel im Internet surft, sollte eher zum Desire anstatt zum Legend greifen. Aber wenn man mal auf eine Seite aufgebaut hat, fertig, ist das Legend immer schön gleich schnell wie das Desire. Also von dem her eignen sich beide Geräte sehr gut zum Internet surfen.